Wir haben von diesen Amerikanern nichts zu befürchten. Sie sind dumme Jungen. Sie denken, in diesem Krieg kämpft Damsom mit Schild, Schwert und Speer gegen David mit seiner Schleuder. Sie wissen nicht, dass Krieg heute ein Wettstreit der Schornsteine ist. Ein Kampf von Treibrat und Maschine, von gesplittertem Stahl und giftigem Gas in geschmolzenen Lungen. Als wir diesen Graben anlegten, gruben wir nicht nur Erde aus, sondern Beine, Arme, Schädel, Helme und all die Trümmer dieses mächtigen Ringens. Das ist die Realität, der wir uns heute stellen müssen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Für dich, Kamerad. Erste Hilfe. Für dich, Kamerad. Erste Hilfe. Erste Hilfe. Erste Hilfe. Jetzt, ich zieh mir das an. Sturm seid abgesichtet. Hier, erste Hilfe. Vorsicht, ein Soldat! Soldat, da drüben! Komm! MG, bleib vorsichtig! Erste Hilfe, greif zu, Mann! Erste Hilfe, greif zu! Das Zeug nützt was! Herr, erste Hilfe! Ich hoffe, das Zeug nützt was! Ich versorg deine Wunden! Hier, Mann. Erste Hilfe. Hier! Erste Hilfe für dich! Erste Hilfe. Nimm's schon. Falls ich das entgegengesichtet. Damit kommst du auf die Beine. Braucht jemand. Erste Hilfe. Und wenn Du um ihn herzustellen hast, Die erste Elfer, nehmt schon! Die Flick liegt zusammen. Die Flick, nehmt schon! Soldat gesichtet! Großartig, danke! Feindlicher Speer gesichtet! Die Flick, nehmt schon! Die Granat ist raus! Aufpassen! Maschinengewehr eindeutig feindlich! Aufpassen! Maschinengewehr! Bist du volles? Hier! Erste Hilfe! Hier! Erste Hilfe! With this first victory, we prove these Americans to be a mob. Reckless and disorganized. While we have shown strength and an iron will, we will not bend.